Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video von Heyday. Heute zeige ich euch einen Trick, wo ihr im Tal ganz einfach beim Lucky Bonus bzw. Glücks Bonus alle Belohnungen kriegen könnt. Ich weiß jetzt nicht, ob es mit der Aufnahme so klappt, wie ich mir das vorstelle, aber der Trick funktioniert einwandfrei. Erstmal erkläre ich euch das und dann zeige ich euch, dass wie der funktioniert. Und man kennt den Trick eigentlich unter dem Namen Flugmodus-Trick. Und der Trick ist eigentlich schon sehr bekannt in der Heyday-Szene. Ist relativ alt, den hat man damals benutzt, ich kann euch mal ein Video hier verlinken, das ist auch in meinem Top 10 Heyday-Tipps-und-Tricks-Video auf Platz 1, wo man damit sehr gut Kisten farmen konnte. Also es geht darum, dass man, wenn man eine Kiste sieht oder beim Glücksrad gedreht hat, halt vorher den Flugmodus reingemacht hat, hat dann gedreht bzw. dann die Kiste geöffnet. Und wenn es gut war, hat man den Flugmodus wieder raus gemacht, dann hat man die Belohnung halt genommen. Und wenn es schlecht war, hat man das Spiel geschlossen, Flugmodus raus und das Spiel wieder gestartet, damit man halt es nochmal probieren kann. Bei einer Kiste ist es immer relativ schwer gewesen, weil die Kiste halt mal da spawnt, mal da spawnt. Mittlerweile hat jeder seine Farm voll, wie bei mir, dann geht man einfach bei mir auf die Farm und klaut sich die. Eigentlich relativ einfach, aber der Trick an sich geht halt nicht mehr auf der Farm, weil sobald man den Flugmodus anmacht, könnt ihr gerne mal austesten, im normalen Spiel wird man rausgeschmissen. Das ist allerdings hier im Tal nicht so und das zeige ich euch jetzt. Also bevor wir jetzt ein Feld auswählen, machen wir jetzt den Flugmodus rein. Ganz einfach, weil wenn man den Flugmodus rein macht, das ist einfach die Funktion, dass alle Verbindungen und auch alle, also alle Verbindungen, die mit dem Gerät zusammenhängen, gekappt werden. Das heißt, das Gerät ist komplett eigenständig. Einfach mal ganz simpel erklärt. Also alles, was rausgeht vom Gerät, wird abgeklemmt, sagen wir WLAN, Bluetooth, einfach alles und sobald man den Flugmodus wieder anmacht, geht auch automatisch alles wieder an, was man vorher anhatte. So, das machen wir jetzt. Ich mache jetzt hier ganz einfach Flugmodus an, zack, wähle ein Ding aus. Okay, Brett, das heißt, ich mache es nochmal an, weil das Brett möchte ich ja behalten. Damit es jetzt gespeichert ist, behalte ich das jetzt. Und jetzt, okay, mache ich nochmal Flugmodus rein, weil wir nehmen das nächste Ding. Gucken, ob es eine Bombe ist. Ne, grüner Sticker, machen wir nochmal kurz einmal raus. Und jetzt nehmen wir, ja, eigentlich geht das jetzt die ganze Zeit so weiter. Ich habe halt noch kein Video dazu gemacht. Okay, da ist jetzt die Bombe, wir haben den Flugmodus drin. Das heißt, wir schließen jetzt einmal das Spiel und öffnen es neu. So, und wie man sehen kann, Bombe weg und die beiden Belohnungen haben wir. Und jetzt machen wir das die ganze Zeit so weiter, bis wir halt nicht mehr die Bombe haben. So, Flugmodus raus, damit es wieder gespeichert ist. Flugmodus wieder rein, nächstes Feld. Und das machen wir jetzt die ganze Zeit so lange. Ich habe jetzt fast ein Feld genommen. Okay, Flugmodus, da muss man auch mal ein bisschen aufpassen. Ach, Quatsch, das war ja die Bombe eben schon. Okay, also die Bombe wechselt nicht den Platz. Ja, ihr seht ja auch, wenn ich jetzt hier direkt wieder auf Tal gehe, dann öffnet sich das auch wieder direkt mit den beiden restlichen Feldern. Und dann kann man das auch direkt auswählen. Also ich gehe jetzt nochmal auf Nummer sicher und mache nochmal Flugmodus rein, weil ich bin mir nicht sicher, ob das gespeichert wird. Also ob das immer der gleiche Platz ist, aber anscheinend schon. Okay, speichern wir, nächste Runde. Und so einfach machen wir das jetzt bis zum Ende hin. Ich zeige euch das auch mal in voller Länge, damit ihr den Trick auch komplett seht. So, Flugmodus. Nehmen wir ein Feld. Ja, wir könnten auch zwei nehmen, aber ist mir zu riskant. Ich klicke dann immer einmal nochmal weg, damit das auch nochmal ein bisschen Zeit dazu speichert. Und Bombe. Ja, mein Glück mal wieder, ey. So, da sind wir wieder am Start. Oh, jetzt ist da beides nicht gespeichert. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er das dann da unten hat. Okay, das ist jetzt nicht Schokolade. Oh, das hat er jetzt aber nicht gespeichert. Warum auch immer. Vielleicht speichert er das nur ab so einer... Oder ich habe was falsch gemacht. Ich gehe jetzt einfach mal unten rum, weil ich vermute das trotzdem noch... Ähm... Ja. Ne Bombe. Ah, okay, jetzt ist da die Bombe. Ja. Okay, neu starten. So, da sind wir wieder. Okay, unten links war die Bombe. Warum hat er das eben nicht gespeichert? Keine Ahnung. Vielleicht muss er ein bisschen länger warten. Aber im Grunde genommen ist das halt der Trick, ne? Seht das ja. So. Flugmodus wieder raus. Kurz warten. Warte mal halt ein bisschen länger, bis es gespeichert ist. Mann, Mann, Mann. So, pingel ich das Spiel hier. Ja, der Trick ist halt eigentlich echt... Ja. Also er ist einfach umzusetzen. Ihr seht es ja. Ich habe jetzt echt keine Probleme mit dem Trick. Und wenn es halt mal nicht klappt, dann macht man es halt nochmal. Habt ihr ja gerade gesehen. Na, hatte ich halt zwei Felder nicht. Okay, mache ich halt nochmal. Ist ja kein Ding, ne? Okay, da ist die zweite Bombe. Also oben links und unten links. Übrigens immer, wenn das Spiel hier cuttet, starte ich das Spiel neu. Also wenn das Video hier cuttet, weil... Ja. Ich möchte halt nichts leaken von meinem Tablet, ne? Deswegen. Einfach nur deswegen. Okay. Wir hatten jetzt unten links und oben links. Macht trotzdem noch mit Flugmodus, weil ich bin... Ja. Ich vertraue dem Ding nicht. Ja! Ich wusste es! Oh, dann bin ich ein Pechpilz, ey! Also ich gehe mal davon aus, dass die dann doch nicht am gleichen Platz bleiben. Nehmen wir mal rechts. Hä? Was? Ist überall eine Bombe oder was? Was soll der Scheiß? Also das finde ich jetzt echt unfair, muss ich sagen. Dann möchte mir das Spiel aber echt ärgern. Okay, wir nehmen jetzt Mitte nochmal. Okay, das ist schon mal gut, das speichern wir jetzt erstmal. Jetzt brauchen wir noch ein Feld. Also wenn wir jetzt immer... 1 zu 3 Chance, es zu schaffen. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann cuttet ich einfach bis dahin, bis ich es geschafft habe. Ihr seht es ja an meinen Diamanten, ob ich es gemacht habe oder nicht. Aber eigentlich sollte an dem Punkt schon klar sein, dass der Trick funktioniert. Da sollte mir eigentlich jeder glauben. Ah! Glück gehabt. Okay, nächste Runde. Speichern. Schnell. Nicht, dass hier Hayday runter rausschmeißt. So, dritte Runde. Und das geht jetzt genauso weiter. Ähm. Ja, ich weiß ja gar nicht, ob ihr das sehen wollt. Aber wenn ihr es nicht sehen wollt, ich mache mal hier Timestamps unten ins Dingsbums rein. Dann könnt ihr es auch überspringen. Ist ja, glaube ich, ganz einfach. Ich mache jetzt mal zwei auf einmal. Hier ist das, glaube ich, ganz vertretbar. Ich glaube, hier brauchen wir nicht ein bisschen warten. Aber hier brauchen wir nicht einen nach dem anderen machen. Ich glaube, das ist hier ganz gut. Ja, okay. Das war es ja mal wieder komplett, würde ich sagen, ne? Okay, nächster Versuch. Gucken wir das an. Nehmen wir die beiden. Das war besser. Wieder reinmachen. Kurz warten. Dass das wieder gespeichert ist. Übrigens haben wir den Trick mehrere Leute geschickt. Schade. Deswegen möchte ich hier nicht Credit an irgendeinem rausgeben, weil es mir halt mehrere Leute geschickt haben. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht noch Verbesserungen für den Trick habt. Ob ihr den auch benutzt, wie ihr den Trick findet. Und so weiter und so fort. Und guck mal, die Nägel hat er sogar gespeichert. Das ist ja praktisch. Das ist ja sehr, sehr praktisch. Flugmodus. Mit den unteren beiden. Top. Ist doch super. Wieder kurz warten. Und dann nehmen wir die nächsten beiden und den Dings. Ach ey. Leck mich doch am Arsch. Da sind wir wieder. Und es fehlen nur noch, ja. Drei Bomben und ein paar Belohnungen. Okay. Das ist gut. Jetzt können wir wieder einzeln machen. Weil jetzt hat man vier Belohnungen. Genau, vier Belohnungen fehlen noch. Okay. Dann nehmen wir doch mal hier dann oben links. Ach komm. Das finde ich ja echt nicht nett von Hayden, ne? Jetzt nehmen wir mal oben rechts die beiden. Da war noch gar nichts. Mal sehen. Oh gut. Eins weniger. Ich bin für jede Belohnung dankbar. Die eins, wo wir nicht mehr machen müssen. Ich denke auch immer, wenn ich Flugmodus reinmache, dass ihr mich gar nicht mehr hört. Eigentlich total bescheuert, aber irgendwie so ein Tick. Und jetzt Mitte rechts. Dann müssten wir dann eigentlich... Ja gut. Eigentlich haben wir schon vier Bomben aufgedeckt, oder? Ach komm. Doch. Mann. Okay. Was nehmen wir jetzt? Wir hatten jetzt überall eigentlich schon die Bombe. Ich glaube, wir nehmen nochmal die goldene Mitte. Ich glaube, die ist ganz gut. Echt komisch, dass das nicht die... Ach Mann. Dass das nicht die Plätze speichert von den Bomben. Da sind wir wieder. Back to the roots. Und nochmal die Mitte. Ja. Boah. Wie gut. Okay. Einfach immer das Gleiche nehmen. So. Jetzt haben wir noch eine Belohnung. Eins zu viel. Also in der Chance bin ich ja richtig, richtig schlecht. Wir nehmen einfach oben. Okay. Einfach oben immer. Nehmt so lange oben, bis es klappt. Und oben. Bombe. Ich raste aus. Oben. Mann. So. Jetzt aber. Ach komm. Ey. Die wollen mich verarschen. Bitte. Ach Mann. Gibt's nicht. Jetzt nehmen wir eine andere... Ein anderes Ding. Sind wir rechts Mitte. Muss besser sein. Ach komm. Jetzt unten rechts. Ja. Wow. Boah. Und so schließt ihr Lucky Bonus ohne... Ja. Mit allen Belohnungen ab. Ohne eine Bombe einzuse... Oder ohne eine Bombe zu kriegen. Ohne Diamanten auszugeben. So macht ihr das. Ganz, ganz einfach. Schreibt mal gerne eure mal in die Kommentare. Denkt natürlich wie immer an den Creator Code. Und guckt ihr mal die Belohnungen an, die wir einfach ohne Diamanten ausgeben bekommen haben. Aber der Trick bringt euch einfach, ja, so viele Belohnungen ein, kostenlos. Deswegen schreibt mal gerne eure mal in die Kommentare, mich sehr interessieren. Danke fürs Zusehen, Leute. Ja. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.